2 der 2019er Abschlussprüfung. Wir sind ja hier im Bereich der Vollkostenrechnung. Nochmal der Hinweis, die 2019er Prüfung ist die erste nach dem Lehrplan Plus. Wir haben also hier schon das neue Lehrplansystem. Und wie Sie es kennen aus meinen anderen Videos, habe ich hier schon mal vorbereitet, was wir gegeben haben. Sie sehen also im linken Bereich das Kostenträger Zeitblatt und fettgedruckt ist immer alles, was wir eben schon haben, was wir gegeben haben. Aber gucken wir an, woher wir es haben. Aufgabe 1.2 sagt, also aus dem Betriebsabrechnungsbogen haben wir für Mai folgende Werte. Und wenn Sie sehen, das ist der Betriebsabrechnungsbogen, dann müssen Sie wissen oder sollten Sie wissen, dass es die tatsächlichen Werte, die Istwerte sind. Und da haben wir hier einmal die Gemeinkosten für Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb. Wir sehen hier Material und der Sonderfall der Fertigung, das gucken wir uns an, denn da gibt es noch eine Aufteilung in Maschinenkosten und Restfertigungsgemeinkosten. Wir haben Verwaltung und Vertrieb, also hier sehen Sie alle Werte und zwar auf der Ist-Seite und die können Sie auch nicht auf der Normalseite eintragen, denn die unterscheiden sich ja, da kann es ja über Unterdeckungen geben. Und wir haben die Zuschlagsbasis bei Material und Fertigung und die Zuschlagsbasis ist ja bei Material hier das Fertigungsmaterial und die Zuschlagsbasis ist bei den Fertigungen hier die Fertigungslöhne. Und ich habe es eingetragen und ich habe es hier auch, auch wenn wir es nicht brauchen, das Ganze auch auf die Normalseite geschrieben, weil das ja die Einzelkosten sind und die sind bei Ist und Normal ja immer identisch. Also könnte man das da reinschreiben und ich empfehle das immer auch den Schülern, weil ich sage, okay, schreibt doch rein, was ihr habt und alles, was ausgefüllt ist, ist schon mal gut, weil ihr dann auf einen Blick sehen könnt, wie komme ich denn jetzt von einem Schritt auf den nächsten. Also ich halte das für den richtigen Weg. Wir haben die Sondereinzelkosten der Fertigung und des Vertriebs auch gegeben. Hier haben wir die Fertigung und die Sondereinzelkosten haben wir hier im Vertrieb und auch die Sondereinzelkosten sind ja Einzelkosten und damit bei Ist und Normal identisch. Deswegen habe ich es auch wieder auf beide Seiten geschrieben. Wir haben noch den Hinweis, dass die Fertigungsgemeinkosten mit 68.400 Euro durch Maschinenkosten belastet sind. Das habe ich auch reingeschrieben. Also jetzt kommt der erste Kniff. Sie sehen, die Fertigungsgemeinkosten sind insgesamt 187.825 und 68.400 davon sind Maschinenkosten und da muss man wissen, die Fertigungsgemeinkosten bestehen, wenn es denn Maschinenkosten gibt, eben aus Maschinenkosten und hier den Restfertigungsgemeinkosten. Die beiden zusammen sind die Fertigungsgemeinkosten und 68.400 davon sind dann eben Maschinenkosten und Sie ahnen schon, wie wir dann auf die Restfertigungsgemeinkosten kommen. Das machen wir aber in dem nächsten Schritt. Wir haben die Bestandsveränderungen gegeben. Einmal die Bestandsminderung bei den Unfertigen und die Bestandsmehrung bei den Fertigen. Eine Bestandsminderung hier bei den Unfertigen, die wird mit Plus, mit einer Addition eingetragen und die Bestandsmehrung mit einem Minus. Wenn Sie das nicht mehr wissen, da gibt es entsprechende Videos dazu. Schauen Sie sich das gerne nochmal an in der Vollkostenrechnungsplaylist. Und auch die Bestandsveränderungen und da gibt es jetzt keine so gute Erklärung, warum das so ist. Das ist wohl eher aus Vereinfachungsgründen so festgelegt. Die sind bei ist und normal identisch. Also kann man es auch wieder auf beide Seiten eintragen. Nochmal, wir werden es in der Aufgabe nicht brauchen zu großen Teilen. Dennoch macht es für mich Sinn, bei so einer Aufgabe dann so zu starten. Wir haben die abgesetzten Mengen, also die verkauften Mengen hier von Aqua und Caldo brauchen wir später noch. Und auch der Hinweis, dass sämtliche Vertriebskonditionen in Anspruch genommen werden, kommen wir noch zu. Jetzt gucken wir uns an, wie wir jetzt von A nach B kommen. Vielleicht schauen wir uns vorher nochmal an, wo wir überhaupt hin müssen. Berechnen Sie für einen Bericht an die Unternehmensleitung den Restfertigungsgemeinkostenzuschlagsatz. Das ist das hier, das ist der Prozentsatz, denn nur die Restfertigungsgemeinkosten sind ja ein prozentualer Abschlag der Fertigungslöhne. Und dann brauchen wir noch das Betriebsergebnis. Das ist hier unten und da sollten Sie eben auch wissen, dass auf der Ist-Seite das Ergebnis Betriebsergebnis heißt. Und auf der Normalseite heißt es Umsatzergebnis. Das heißt hier in der BE-Zeile, da darf nur was bei den Ist-Kosten stehen. Und bei UE, da sind nicht die Umsatzerlöse. Ich sage es immer wieder, aber ich sage es besser auch hier nochmal, dass das Umsatzergebnis, da darf nur was stehen, hier auf der Normalkostenseite. Jetzt gehen wir durch und der einfachste Schritt ist, glaube ich, hier oben erstmal die Materialkosten zu berechnen, denn das ist ja einfach die 50.000 plus diese Gemeinkosten von 12,57 sind wir bei 62.750. Und jetzt kommt der Schritt mit den Restfertigungsgemeinkosten. Ich habe es vorhin ja schon gesagt und der ist ja auch eigentlich recht simpel. 187.825 haben wir hier gegeben. Es sollte also eigentlich hier besser Fettgedruckt sein, um in meine Systematik zu passen, aber Sie werden es wahrscheinlich verschmerzen. Abzüglich der 68.400, die ja von diesen gesamten Gemeinkosten Maschinenkosten sind, so kommen wir doch auf die Restfertigungsgemeinkosten von 119.425. Also nochmal, wenn alle Gemeinkosten zusammen 187.825 sind und alle zusammen bedeutet diese beiden Werte eben zusammen und wir schon wissen, dass davon 68.400 die Maschinenkosten sind, dann können wir doch recht leicht berechnen, wie hoch die Restfertigungsgemeinkosten sind, indem wir das eben abziehen. Dann wissen wir, es sind 119.425. Und dann haben wir es im nächsten Schritt ja wirklich leicht, die 140,50 Prozent auszurechnen, nämlich wie viel Prozent sind denn die 119.425 von 85.000? Und das sind eben 140,50 Prozent. Ich erspare mir jetzt die Prozentkalkulation, die Prozentrechnung hier, das kriegen Sie hin. Da gibt es sicher keine Probleme. Und jetzt können wir da ziemlich geradlinig durchrechnen. Jetzt können wir auch hier die Fertigungskosten berechnen. Das sind ja die Löhne, die Maschinenkosten, die Restfertigungsgemeinkosten und die Sondereinzelkosten zusammen. Dann sind wir hier bei den 274.25 und dann können wir auch die Herstellkosten der Abrechnungsperiode berechnen, die ja die Fertigungskosten und die Materialkosten zusammen sind. Jetzt sind wir bei 336.775. Keine große Sache, war jetzt wirklich nur eine Addition und das geht so schön weiter. Und da wird das Versprechen wahr, das Lehrplan Plus, dass das jetzt realistischere, stringentere Aufgaben sind. Das ist wirklich recht simpel, denn jetzt müssen wir ja die Bestandsveränderung dazu addieren. Um auf die Herstellkosten der fertiggestellten Menge, der Fertigung zu kommen. Wir müssen die Bestandsveränderung der fertigen Erzeugnisse abziehen, um auf die Herstellkosten des Umsatzes zu kommen. Mit 335.900. Und dann haben wir ja weiterhin die Verwaltung und den Vertrieb gegeben und die Sondereinzelkosten. Und da können wir wirklich geradlinig zu den Selbstkosten des Umsatzes durchrechnen. Also das war wirklich eine relativ simple Geschichte. Um jetzt aufs Betriebsergebnis zu kommen, hier unten brauchen wir ja jetzt die NVE, das sind die Nettoverkaufserlöse. Nochmal, das ist wieder eine Wiederholung, dazu gibt es einzelne Videos. Die Selbstkosten des Umsatzes sind unsere Kosten. Die Kosten, die wir als Firma haben, unsere eigenen Selbstkosten. Alle Produkte, die wir hergestellt haben von Aqua und Caldo, haben uns 377.990 Euro gekostet. Und jetzt ist doch die Frage, wie viel bekommen wir vom Kunden? Und wenn wir das wissen, wenn wir also wissen, was der Kunde dafür bezahlt hat, dann wissen wir doch, wie hoch unser Gewinn oder auch Verlust ist. Hat er mehr bezahlt? Haben wir einen Gewinn gemacht? Hat er uns weniger gegeben, als unsere Kosten waren? Haben wir einen Verlust? Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir auf den Betrag, den der Kunde uns gezahlt hat? Und das kommen wir über die abgesetzten Mengen hier, über die verkauften Mengen. Und jetzt kommt dieser Satz, sämtliche Vertriebskonditionen werden in Anspruch genommen zum Tragen. Und das sehen wir, wenn wir hier die Einzelkalkulationen von Aqua und Caldo anschauen, die wir in 1.1 erstellt haben. Wenn der Kunde sämtliche Konditionen in Anspruch nimmt, dann bedeutet es, dass er den Rabatt will, den hat er sich also geholt von uns, dass er innerhalb der Skontofrist bezahlt hat und es bedeutet zudem, dass auch der Vertreter seine Vertreterprovisionen bekommen hat. Das heißt doch im Umkehrschluss, dass wir vom Kunden eben den vorläufigen Angebotspreis oder auch vorläufigen Verkaufspreis, wie er genannt wird, bekommen und nicht mehr. Wir bekommen also bei Aqua 16,20 Euro und bei Caldo bekommen wir die 18,60 Euro und eben nicht den Angebotspreis und auch nicht den Ziel- und auch nicht den Barverkaufspreis. Wir bekommen, wenn die Kundschaft und auch der Vertreter alle Konditionen wollen, eben den vorläufigen Verkaufspreis oder vorläufigen Angebotspreis. Hier 18,60 Euro, hier 16,20 Euro. Wenn wir dann noch die Verkaufsmengen wissen, hier von Aqua zum Beispiel 10.000 Stück, wir bekommen 16,20 Euro, dann bekommen wir doch für Aqua vom Kunden 162.000 Euro. Und bei Caldo verkaufen wir 12.000 Stück, für 18,60 Euro bekommen wir die 223.200. Das bedeutet, wir bekommen insgesamt 385.200 Euro und das können wir hier bei den Nettoverkaufserlösen reinschreiben und vielleicht wäre es besser gewesen, hier steht der Hinweis, das auch gleich hier hinzuschreiben, denn auch das ist so festgelegt, die Verkaufserlöse, die wir bekommen, die sind bei Ist und Normal identisch. Aber bleiben wir in unserer Ist-Spalte. Selbstkosten hatten wir 377,99 Euro. Jetzt bekommen wir mehr Geld vom Kunden, als wir Selbstkosten hatten. Das heißt, es entsteht ein Gewinn und den haben wir hier in Höhe von 7.210 Euro. Gucken wir uns noch eine mögliche Punkteverteilung für diese Aufgabe an, die natürlich auch anders hätte sein können, aber eine potenzielle Punkteverteilung, die auch wieder schülerfreundlich ist in meinen Augen, für die Restfertigungsgemeinkosten in Punkt und als Folge dann auch für den Prozentsatz, der ja auch explizit gefragt war. Der muss bepunktet werden. Die HKA als Zwischenergebnis, die HKU, die Nettoverkaufserlöse, die man ja separat berechnen musste, die müssen sicherlich auch eingeben und dann natürlich das, was gefragt war. Das Betriebsergebnis, das ist eine mögliche Verteilung. Sie wissen, wir haben hier sechs Bewertungseinheiten und denken Sie daran, zeitlich hätten Sie also sechs Bewertungseinheiten mal 1,8 Minuten Zeit gehabt. Also hätten wir da knapp über die 10 Minuten gehabt. Für diese Aufgabe halten Sie das bitte im Hinterkopf. Also hätten wir da knapp über die 10 Minuten gehabt.